Um ein vollständiges Bild zu schaffen, darüber was zur Zeit geschieht, muss man mehr darüber sein. Wichtig ist, nicht eilig zu sein, vor einige Urteile zu machen, besonders wenn diese Urteile mit der Geborenen Angst gemacht werden. Die Menschen warten auf die Wahrheit, aber in der Wirklichkeit haben sie sehr große Angst vor ihr, weil sie von den Menschen fordert sich selbst zu ändern. Und der Mensch möchte weiter sehr stark halten, was er schon hat. Jeder Mensch schätzt sehr hoch seine eigene Meinung. Und wenn die Wahrheit kommt, sie wird nicht dem entsprechen, was der Mensch hat. Wenn sie das erzählen wird, was schon der Mensch kennt, hat es schon keinen Sinn. Wenn die Wahrheit kommt, sie bringt alles neu, obwohl sie auch daran erinnert wird, was schon der Mensch hat. Diese Wahrheit wird in die Zukunft führen, wo der Mensch noch nie war. Deswegen beginnt sie über das viele zu erzählen, was der Mensch nicht hat. Aber das mit dem Kopf einzuschätzen wird sehr schwer. Die Wahrheit kann man nur durch alltägliches, jeden Tag überprüfen, durch die Früchte, die im Inneren gewachsen werden. Wenn man mit der Wahrheit in Berührung kommt, dann fühlt man sehr oft, dass etwas im Inneren abgeschnitten wird. Und das wird sehr schmerzhaft sein. Und hier muss man nicht einig sein, eine voreilige Entscheidung zu treffen. Das kommt der Wahrheit ist kein Streicheln, ein ständiges Streicheln dessen, was der Mensch hat. Der Mensch scheint es so, dass derjenige, der liebt, muss nicht den Schmerzen mitbringen. Aber um die Menschen keinen Schmerzen anzutun, muss man alle seine Schwächen befriedigen. Aber wenn wir berücksichtigen, dass fast alles, was im Menschen im Inneren ist, falsch ist, dann steht es dem Menschen bevor, sehr viele schmerzhafte Momente zu überleben. Und deswegen, wenn etwas beginnt, euch zu stören, beginnt sofort die Klarheit darin zu schlafen, was nämlich euch stört. Wenn ihr mit der Wahrheit in Berührung gekommen seid, dann kann euch nur das falsche Deutung, eigene Deutung stören, damit ihr in die Berührung gekommen seid. Im Laufe von tausenden Jahren warten die Menschen auf das Kommen von dem Lehrer. Und in seiner Erwartung hat jeder eine eigene Gestalt, ein eigenes Bild von dem Lehrer gemacht. Das ist eine bestimmte Unvermeidlichkeit, die dem Menschen eigen ist. Aber der Mensch kann nicht das vorstellen, was dem er selbst nicht entspricht. Und wenn der Mensch beginnt über die Zukunft zu fantasieren, so schreibt er solche Fähigkeiten den Menschen zu, die er selbst hat. Und in jedem Buch, das über die Zukunft geschrieben ist, könnte er das sehr gut sehen. Umso mehr, wenn der Mensch versucht, den Lehrer des Lebens vorzustellen. Wenn der Mensch so eine Vorstellung hat, dann wird dieser Vorstellung eigener Fähigkeiten zu schreiben. Und anders kann er überhaupt nicht vorstellen. Deswegen, wenn ihr mit irgendetwas Neuem in Berührung kommt, seid nicht beeilt, das an sich anzupassen. Weil, wenn ihr etwas Neues an sich anpasst, dann kommt ja von diesem Sichtpunkt aus, dass alles, was dem nicht entspricht, was er selbst hat, ist, ist falsch. Aber wenn ihr euch selbst an die Wahrheit anfasst, dann wird das alles, was der Wahrheit nicht entspricht, als eigene falsche wahrgenommen. Vergesst nicht, dass wenn der Lehrer der Wahrheit kommt, er wird nicht beeilt sein, das zu sagen, was euch zu hören möchtet. Er wird sehr oft das sagen, wovor ihr Angst habt. Und hier steht es bevor, eine letzte Entscheidung zu treffen. Wenn ihr den Wert des Erdlichen über den Wert des Göttlichen stehen werdet, dann könnt ihr dem Lehrer nicht folgen. Alles, ich wünsche euch nochmals Glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.